DETECTIVE STACY Das ist ein Foto von Hulk. Seht es euch an. Mann, die sehen sich wirklich ähnlich. Das muss trotzdem eine Verwechslung sein. Hulk würde nie etwas stiehlen. Das hätte ich auch nicht von ihm gedacht, aber ich fürchte, alle Hinweise deuten auf ihn. Aber das ist doch nur ein Foto. Es gibt leider noch mehr. Zum Beispiel dieses große Loch, das der Räuber hinterlassen hat, als er aus der Bank geflüchtet ist. Hulk ist doch dafür bekannt, Dinge zu zertrümmern. Ja, stimmt. Das Loch hat Hulks Größe. Aber das beweist nicht, dass Hulk es war. Es muss noch mehr Hinweise geben, die uns helfen, der Sache auf den Grund zu gehen. Hier ist einer. Der Räuber hat sich anscheinend die Kleidung zerrissen, als er die Mauer durchbrochen hat. Seht ihr? Der Stoff ist lila. Das ähnelt doch sehr dem lila Stoff von... Oh, Hulks Hose. Auch wenn unsere Ermittlungen noch nicht beendet sind. Ich befürchte, dass alle Hinweise auf Hulk deuten. Dann müssen wir eben noch mehr Hinweise suchen, um rauszufinden, was wirklich Sache ist. Ich glaube immer noch nicht, dass Hulk sowas machen würde. Es ergibt einfach keinen Sinn. Apropos Sinn. Mein Spinnensinn meldet sich. Vorsicht! Nein, das gibt's doch nicht. Hulk? Es sieht leider ganz so aus, als hätte Hulk sich vom Superhelden zum Superschurken entwickelt. Psst! Hey, hey, hey! Wo steckst du? Guck mal, wie viel Beite ich ergattert habe! Sehr, sehr gut! Sehr gut gemacht, Rhino! Oder sollte ich sagen, Hulk? Das ist mein bisher besser Streich. Mit dir in der Hulk-Verkleidung wird niemand erraten, dass wir beide hinter der großen grünen Diebes nur stecken. Und das bedeutet, Hulk kriegt richtig Ärger für die Stählerei und nicht wir! Oh, mein Kleister! Deine Farbe geht ab! Bleib hier! Ich hole Nachschub. Und wehe, du lässt dich vom Spidey-Team aufspüren. Sie verderben einem immer den Spaß. Rühr dich nicht vom Fleck! Schaut Spidey und seine Superfreunde im Disney-Channel.